Jetzt nehmen wir das Gespräch. Das ist gerne, Herr Schletzer. Guten Morgen. Ein feines Mitternachtsgäubchen auf dem Adlerhorst. Wer hätte das nicht gegeben? Der Diebeling Ochsner zeigt uns aber, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Sehr geehrter Herr Ochsner, für unseren jährlichen Aufenthalt in den Bergen haben wir diese spezielle Flasche Champagner gekauft. Laut der Beschreibung soll sie auch für extreme Höhen geeignet sein. Nach dem Genuss des traditionellen Fondus und dem anschliessenden Totemügerli freuten wir uns auf einen feinen Tropfen auf dem Adlerhorst. Doch oh weh, die Flasche war einfach nicht zu öffnen. Wir gebrauchten Werkzeuge, noch mehr Kraft. Wir verwendeten Lösungsmittel, noch mehr Kraft. Wir warfen die Flasche auf die Steine. Aber das Ding wollte einfach nicht aufgehen. Für 19.95 Franken ist dieses Produkt unserer Meinung nach zu teuer und nicht einmal für Schiffstaufen zu gebrauchen. Das war's für heute. Der Willi Schletzer und das Kassensturz-Team bedanken sich bei euch und denkt dran. Benz der Bormat! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Nick Air. Die einzige Airline, die Pieper mir erlaubt. Das war's für heute. Ich bin noch nie auf den Kastensturz-Team. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin noch nie auf den Kastensturz-Team. Morgen. I'm looking for a black woman. I love the way you fight. Now you've found the secret code I use to wash away my lonely roots so I can't deny a lie. Ah! Yeah! I see the bad moon rising. I see the trouble on the way. I see the earthquakes of lightning. I see the bad times today. I see the bad moon rising. Action! There are the bad moon on the right. I hear a hurricane. That was good. That was good. That was good. That was awesome. That was awesome. I see the rain and the rain and the rain. That's awesome. I have to hit the rain and go ahead! What?? I see the rain and the rain is going to run. I have to hit that like a hurricane. You're not going to hit that like a hurricane. You're not going to hit that like that. Das ist die nächste Sendung.